Was? Was hat der gesagt? Irgendwas mit Vagina, ne? Du weißt, ich will deine Vagina. Und dann auch noch so, oh man. Ja, ah ja, okay. So, kurz mal Werbung in eigener Sache. Ich habe die Tage einen Gaming-Channel bei YouTube erstellt. Und wäre mega korrekt von euch, wenn ihr da mal drauf gehen würdet. Der Link ist in meiner Instagram-Bio und den Kanal mal abonnieren würdet. Da wäre auf jeden Fall richtig korrekt von euch. Auch wenn ihr mit Gaming nichts am Hut habt. Ihr müsst die Videos ja nicht schauen. Also einfach mal den Kanal abonnieren, ne? Da folgt auch richtig behinderte Scheiße. Alles klar! So, jetzt weiter im Text. Ich zeige euch jetzt mal was. Also ich habe mir hier so Peanut Butter gekauft, selber. Also ist jetzt keine Werbung oder so. Äh, jetzt steht hier, wartet mal. Wo ist es? Hier, pass auf! Das Aufschwimmen von Öl ist normal. Rühren sie es einfach wieder, äh, unter. So. So. Wenn man das Ding jetzt hier aufmacht, dann ist hier so Öl, ne? So. Und es gibt die ein oder andere Snitch, die das Öl wegkippt. Hahaha! Junge, das Öl hier wegkippen! Junge, Junge, Junge! Weißt du, wie trocken die Scheiße dann ist? Hahaha! Ist das dumm! So, jetzt wollen wir das mal hier umrühren, ne? Und jetzt weiß ich hier, äh, Hähnchen, Bokuli und Kartoffeln. Ich möchte einmal festhalten, das sind meine Pancakes. Den hat Philipp zerschrottet. Hahaha! Philipps Pancake! Was sagst du dazu? Hahaha! 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 Naja, aber... Ich brauche, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Okay. Die meisten Leute würden denken, wir haben jetzt die Teller schön angerichtet. Hahaha! Und sitzen gemütlich am Frühstückpfisch. Aber was machen wir? Wir essen. Jetzt hör doch mal auf meine Fresse immer anzufüllen. Hahaha! Hahaha! Und dann sind die kümmerlichen Reste. Hahaha! Was mir gerade jetzt so spontan einfällt. Hahaha! Die Pancakes, die wir gemacht haben. Laut Packungsangaben haben wir Pancakes für 6 Personen gemacht. Also 6 von... So, die zwei Essgestörten haben wir dazu geschlagen. Ja. Alles klar. Sechs Kilo Zucchini. Junge, Junge. Warte mal. Ja. Hier ist noch dreimal Hähnchen. Ah, ja. Hier oben ist auch noch mal Hähnchen. Hahaha! Ist das behindert? Ja. So sieht das aus bei uns im Moment. Und hier ist Tabi. Wo ist Tabi? Hallo! Komm schnell, doppel Bizeps! Schnell! Schnell! Ja genau! Ah! 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 Leute also wenn ich das hier ne? Das schmeckt einfach übertrieben scheiße. Dabei merk ich den gar nicht, ne? Ne? Ne. Was? Das dachte ich auch, das hätte ich den vor. Ist aber nicht optimal. Aber das ist nicht mehr sauber. Mein Gott, der schreibt doch, da kommt die Finger ab. Schöne neue Strenge. Ja, ehrlich. Schöne neue Strenge. Schöne neue Strenge. Er hat gerade seinen Bildschirm geschrottet. Da unten. Bisschen A**hole, der Bruder. Bisschen A**hole. Bisschen A**hole. Bisschen A**hole. Bisschen A**hole. Vielen Dank. Ich bin am Ballen, Bro, guck, ich bin am Ballen, KDW, Reus, Reus, guck, vergiss die Sorgen, mit Hasuna im Phantom, Loser Loko Gang, Hunger ist weg.